Guten Abend meine Damen und Herren, hier eine kleine Nummer, die ich mir jüngst aus dem Ärmel geschüttelt habe. Untertitelung. BR 2018 Um, okay. Wie oft musst ich hören, hast du Mix im Kopf? Geh mal los und such dir einen Job. Werd mal Kellner, Tischler oder Koch. Was ist das für Musik, diese Hip-Hop? Hip-Hop, Hip-Hop. Nein, ich hab nichts im Kopf außer Hip-Hop. Ich kehre alle Rapper-Gang, leg mir ein Risch-Pop. Ich glaube, ich hätt's ab und aus, Zeit-Bit-Stop. Ich hätt jetzt mehr als Hip-Hop. Deine Bitch-Pick hinterlässt Hip-Hop. Du willst Augenländer, Dicker? Hip-Hop. Du machst tausend Tracks, Dicker? Hip-Hop. Mich kennt jeder, dich kennt nur dein Kick-Lock. Nur weil du jetzt so und bist, bist du nicht mit Ross. Du schaffst nix, liegst an deiner X-Pop. Ich arbeite am Rass-Mix und mach dem Track Hip-Hop. Ja, ja, klar, du fickst Pops und kickst Rob. Immer der gleiche Text, ich hab'n Chance, man nicht kommt. Was für'n Techno, Rock oder Pop? Ufo 361er, ich liebe für Hip-Hop. Wie oft muss ich hören, hast du Mix im Kopf? Geh mal los und such dir einen Job. Werd mal Kellner, Tischler oder Koch. Was ist das für Musik, diese Hip-Hop? Ja, 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 ja.